In der Nacht auf den 16. März 2001 begeht der 41-jährige Jin Ru Chao eine Tat von unfassbarem Ausmaß, die weltweit in den Nachrichten ist. Doch wie konnte er alleine eine solche Tat überhaupt durchführen und was war sein Motiv dafür? Bitte lass dein Like da und denk daran, den Kanal zu abonnieren, um die kommenden Fälle nicht zu verpassen. Der 41-jährige Jin Ru Chao ist in Shijia Shuang in China mit mehreren Geschwistern aufgewachsen. Er beginnt, dort die Grundschule zu besuchen, doch er hat als Kind eine schwere Mittelohrentzündung und bekommt davon einen Hörschaden, der ihn fast taub macht. Dadurch muss er auf eine andere Schule gehen, wo er beginnt, sich von den anderen abzusondern und zum Einzelgänger zu werden. Er wird als sehr introvertiert beschrieben. Eine seiner Schwestern hingegen beschreibt später, dass sie als Kind bereits Angst vor ihm gehabt hätte, da er immer wieder plötzliche, aggressive Ausbrüche hatte und sehr impulsiv gewesen sei. Nach dem Schulabschluss beginnt Ru Chao, in einer Baumwollspinnerei zu arbeiten und er heiratet eine Frau, die schon länger mit seiner Familie bekannt ist. Doch die beiden haben ständige Differenzen und auch gewalttätige Auseinandersetzungen und die Ehe scheitert. Beim Streit mit seiner Frau hat er ihr oft angedroht, sie in die Luft zu sprengen. Ende der 80er überfällt und attackiert Ru Chao eine Frau und muss für den Übergriff für zehn Jahre ins Gefängnis. Während er dort ist, im Jahr 1994, stirbt seine Mutter bei einem Autounfall und sein Vater, der den Wagen gefahren hat und verletzt überlebt hat, heiratet einige Jahre später eine andere Frau. Ru Chao beschuldigt seinen Vater, am Tod der Mutter schuld zu sein. Mit der neuen Frau seines Vaters kommt er überhaupt nicht klar. Ständig gibt es Streit und der Kontakt zu seiner Familie verschlechtert sich zunehmend. Auch seiner Stiefmutter und seinem Vater sagt Ru Chao mehrfach, er werde sie in die Luft sprengen. Zudem verkaufen seine Geschwister eine Wohnanlage, die im Besitz der verstorbenen Mutter war, mit Verlust weiter. Ru Chao ist mit dem Anteil, den er aus dem Verkauf erhält, überhaupt nicht zufrieden und er fühlt sich betrogen. Während er noch im Gefängnis ist, beginnt er, ausführlich Tagebuch zu schreiben und führt darin verschiedenste Methoden auf, wie er seine Ex-Frau und weitere Menschen am liebsten töten möchte. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis, im Alter von 39, beginnt er eine Affäre mit der 26-jährigen Wee Shihua. Doch auch diese Beziehung scheitert, da Ru Chao ihr gegenüber gewalttätig ist. Shiva flüchtet schließlich vor ihrem aggressiven Partner in ihre über 2000 Kilometer entfernte Heimatprovinz Yunnan. Doch Ru Chao verfolgt sie bis dorthin und stellt ihr weiter nach. Am 9. März 2001 versucht er, sie zu überzeugen, mit ihm nach Shijia Shuang zurückzukehren. Doch Shiva weigert sich und die beiden geraten in heftigen Streit, der so sehr eskaliert, dass Ru Chao schließlich mit einem Küchenmesser auf Shiva einsticht und sie tötet. Er flüchtet alleine zurück nach Shijia Shuang. Da in Yunnan bekannt war, dass Ru Chao Shivas Freund war, wird er sofort als Täter verdächtigt, doch aufgrund eines Schreibfehlers in seinem Namen kann er nicht ermittelt werden. Am 12. März, drei Tage nach dem Mord, sucht Ru Chao zwei Bekannte in einer benachbarten Stadt auf, Hao Fonschi und Wang Yishun. Er weiß, dass die beiden illegal mit Sprengstoffen handeln und er kauft zunächst eine kleine Menge Dynamit und führt abends damit in einem einsamen Berggebiet Probesprengungen durch. Am 14. März kauft er dann insgesamt 600 Kilogramm Dynamit. Und obwohl dies die größte Menge ist, um die Fonschi und Yishun jeweils von einer einzelnen Person gebeten wurden, machen sie mit und verkaufen sie ihm, gemeinsam mit mehreren Zeitzündern. Sie dürften also schon im Bilde darüber gewesen sein, dass Ru Chao etwas Größeres plante. Den größten Teil des Sprengstoffs, also 400 Kilo davon, versteckt er in dem Wohnheim der Baumwollfabrik in der Yucai-Straße, in der er und sein Vater arbeiten. Sie beide und die Stiefmutter leben auch selbst in diesem Wohnheim. Die restlichen Säcke mit Sprengstoff versteckt er in drei weiteren Firmenwohnheimen in der Nähe. Einmal in dem, in dem seine Ex-Frau mit ihrem neuen Mann lebt, in einem weiteren, in dem eine Frau lebt, mit der er kurz zusammen war, und in dem Apartmentgebäude, das mal seiner Mutter gehört hat, das aber nach ihrem Tod von den Geschwistern mit Verlust verkauft worden ist. Er hat sich extra ein Fahrzeug gemietet, um die Säcke zu den Gebäuden zu bringen, und der Autovermieter hat einen Teil des Dynamids in einem zweiten Wagen bis in einen Vorort von Xi Jiaxuan gebracht, von wo aus Ru Chao den Rest selbst bis in die Wohnanlagen gefahren hat. Die Dynamidsäcke von jeweils 25 Kilo schleppt er über Nacht alle einzeln in die Gebäude und versteckt sie dort. Als er in der Nacht vom 15. auf den 16. März nicht schlafen kann, beschließt er, seinen Plan, sich für die ganzen Ungerechtigkeiten, die ihm seiner Meinung nach von anderen Menschen, im Speziellen seiner Ex-Frau, seiner ermordeten Freundin und seinem Vater und seiner Stiefmutter angetan wurden, zu rächen umzusetzen. Er beginnt in seinem eigenen Wohnheim, in dem auch sein Vater und seine Stiefmutter leben und in dem er die größten Mengen des Sprengstoffs platziert hat. Er stellt die Zeitzünder der Sprengsätze auf 15 Minuten und macht sich sofort im Taxi auf den Weg zum nächsten Wohnheim, wo er ebenfalls die Zeitzünder einstellt. Als er gerade aus dem zweiten Gebäude kommt und zu dem wartenden Taxi zurückgeht, um genau 4.16 Uhr in der Nacht, explodiert das erste Wohnheim. Es ist eine entsetzliche Katastrophe. Die Sprengkraft ist so stark, dass fast der gesamte Wohnkomplex innerhalb von Sekunden einstürzt. Über 100 Menschen, die dort wohnen, sind unter den Trümmern begraben und nur wenige von ihnen können später gerettet werden. 93 Menschen im Haus, darunter Rutschaus Vater und seine Stiefmutter, sterben. Auch ein benachbartes Gebäude stürzt wenig später ein. Das zweite Wohnheim explodiert, als Rutschau gerade die Zeitzünder im Dritten einstellt, um genau 4.30 Uhr am Morgen. Dort ist wesentlich weniger Sprengstoff platziert, dennoch stürzt ein großer Teil des Gebäudes ein und 5 weitere Menschen werden getötet. Seine Ex-Frau und ihr neuer Mann, die hier wohnen, überleben den Vorfall. Rutschau lässt den Taxifahrer jedes Mal warten, wenn er im Gebäude ist und die Zeitzünder einstellt. Da die Explosionen immer mit 15 Minuten Verzögerung stattfinden, bringt der Taxifahrer seinen Fahrgast zunächst nicht damit in Verbindung. Um Viertel vor 5, als er den letzten Zeitzünder einstellt, explodiert die dritte Wohnanlage, die ebenfalls zum Teil einstürzt und 10 Todesopfer fordert. Ob seine Ex-Freundin unter den Opfern ist, ist nicht bekannt. Bei der letzten Explosion um 5 am Morgen, in der Wohnanlage, die mal den Jins gehörte, gibt es keine Todesopfer. Im ganzen Bezirk bricht Panik aus. Die Anwohner fürchten weitere Explosionen. Insgesamt sind 108 Menschen durch die Explosionen gestorben und unzählige weitere sind verletzt worden. Direkt nach seiner Tat lässt Rutschau sich noch von dem Taxifahrer in einen Vorort bringen. Von dort aus fährt er zunächst mit dem Bus nach Wuhan und dann einige Tage später über Heng Yan nach Behai. Währenddessen vermuten die Ermittler in Shijia Shuang bereits, dass er der Täter ist. Sie bekommen Hinweise von den Überlebenden, dass er einen Groll auf seine Ex-Frau und seine Ex-Freundin hätte und können so auch die Zusammenhänge zu den zwei anderen Gebäuden feststellen. Der Taxifahrer kann den Mann, den er an dem frühen Morgen zwischen den Wohnanlagen transportiert hat, beschreiben und die Hinweise auf Rutschau verdichten sich weiter. Darüber hinaus können sie durch Aussagen von vielen weiteren Zeugen herausfinden, wo Rutschau in den Tagen vor der Tat gewesen ist und können auch schließlich ermitteln, wo er den Sprengstoff her hatte. Hao, Fonshi und Wang Yishun, die Verkäufer, die nun auch per Haftbefehl gesucht werden, verstecken sich zwei Tage lang in einem Pumpenhaus etwas außerhalb ihres Dorfes, wagen es dann aber, nach Hause zu gehen. Dort haben sich bereits Ermittler positioniert, die die beiden sofort festnehmen. Da Rutschau schon immer viel im ganzen Land herumgereist ist, kann die Polizei sich auch denken, dass er sich nicht mehr im Raum Xijashuang aufhält und lässt landesweit per Haftbefehl nach ihm vorhanden. Am 22. März ist ein Mitarbeiter des Gefängnisses in Behai im Auto unterwegs, als er einen Anhalter an der Straße sieht. Er bestießt, ihn ein Stück mitzunehmen und dabei fällt ihm auf, dass der Mann einen fremden Akzent und eine Hörbehinderung hat. Er ist zwar selbst kein Polizist, aber da er im Gefängnis arbeitet, hat er kürzlich von der Fahndung nach einem Mann mit Hörbehinderung im Zusammenhang mit den Bombenanschlägen gehört. Nachdem der Mann seinen Wagen verlassen hat, meldet er ihn sofort bei den Behörden, die nach der Beschreibung des Mitarbeiters eine Großfahndung nach Rutschau in der Gegend um Behai einleiten. Am folgenden Tag wird er von einigen Zeugen in einem Supermarkt in der Gegend gesehen. Und in der folgenden Nacht trifft schließlich ein Suchtrupp von sechs Polizisten, die nach ihm Ausschau halten, auf ihn. Er flieht vor ihnen durch den Wald in Richtung eines ausgetrockneten Stausees, in dem er kurz darauf festgenommen werden kann. Durch die weltweite Berichterstattung über den Vorfall sind inzwischen allerdings erhebliche Zweifel daran aufgekommen, dass ein einzelner Mann es geschafft haben kann, diese schrecklichen Anschläge alleine und in einem so kurzen Zeitraum durchzuführen. Es wird gemutmaßt, dass Rutschau nur verhaftet wurde, um die wahren Schuldigen zu verbergen. Dazu kommt, dass die Behörden es den Anwohnern um die Katastrophenstelle sowie den Überlebenden verboten haben, mit Reportern zu sprechen. Sie veröffentlichen das Geständnis sowie den durch Rutschau beschriebenen Tatablauf, der dann auch von Ermittlern nachgestellt wird. Damit wollen sie nachweisen, dass das Einstellen der Zeitzünder und das weitere Geschehen tatsächlich durch eine einzelne Person innerhalb von einer Stunde erfolgt sein kann, was von der Öffentlichkeit angezweifelt wurde. Bei der Nachstellung braucht der Ermittler nur 40 Minuten, um alle beschriebenen Schritte auszuführen. Zudem gibt es ja die Aussagen des Taxifahrers und der beiden Komplizen, die ihm den Sprengstoff verkauft haben. Oder sind diese Aussagen auch gefälscht, um die Tat durch Rutschau zu belegen? Es deuten schon viele Hinweise auf ihn und auch sein Verhalten in den Jahren vor der Tat hat ja schon Hinweise darauf gegeben, dass er gefährlich sein könnte. Wenn er es tatsächlich nicht gewesen sein sollte, welches Ziel ist dann mit den Anschlägen verfolgt worden? Und warum sollte er, wenn er unschuldig war, nach den Anschlägen bis Behai gefahren sein? Vielleicht wegen des Mordes an Weishiwa, wegen dem er auch immer noch auf der Flucht war und ja auch gesucht wurde? Ich bin gespannt auf eure Meinungen dazu. Rutschau wird bereits in der Woche nach seiner Festnahme für die Bombenanschläge sowie für den Mord an seiner Freundin zum Tod verurteilt. Auch Hau Fonschi und Wang Yushun werden zum Tod verurteilt, wegen An- und Verkauf von Sprengstoffen. Alle drei Männer werden nur sechs Wochen nach dem Vorfall am 29. April 2001 hingerichtet. Der Autovermieter, der das Dynamit ein Stück weit für Rutschau transportiert hat, kommt mit einer Gefängnisstrafe davon. Vielen Dank fürs Anschauen. Vergesst nicht, ein Abo und ein Like dazulassen. Falls ihr Lust auf noch mehr Kriminalfälle habt, schaut mal auf meinem Patreon vorbei oder denkt über eine Kanalmitgliedschaft nach. Bis gleich! Tschüss! 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 Vielen Dank.